Und weiter geht's mit der letzten Mission der Sowjets, bei der wir gerade ordentlich Spaß haben. Und wer kommt denn da schon wieder an? Na schön. Ich wollte eh noch mehr Tesla-Spulen haben. Und U-Boote. Und überhaupt. Natürlich kommen sie von da unten. Kommt mal zurück. Eigentlich sollte ich die gesamte Küste hier entlang befestigen, aber bis darunter muss ich mich erstmal hinbauen. Kommt mal zurück zu den Tesla-Spulen. Du sammelst mir hier. Du sammelst mir da drüben. Das war ordentlich Vernichtung, aber leider, apropos Vernichtung... Links habe ich die Infanterie noch bekommen. Was bei der Menge an Artillerie aber nicht so viel bringt. Okay, ich muss die Tesla-Spulen am besten so aufstellen, dass sie sich gegenseitig decken. Anders als meine Kunden, die decken sich lieber selbst. Ich melde mich wie befohlen. Jawohl. So. Im Idealfall habe ich Richtung links, weil wir damit ein bisschen mehr unsere Ruhe haben. Auch noch was aufgestellt. Wir haben es gebaut. Ne, 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 Freundchen. Ja, Sir. In Ordnung. Erwarte Ihres Befehle bestätigt. Okay, er schafft es schon, aber... Ich meine, damit habe ich auch noch ein bisschen mitzureden mit einer Landung hier. Ja, Sir. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. So, ich würde mich gerne ein bisschen rüberarbeiten. Erstmal mit Kraftwerken. Das ist ganz gut, Energie hinterher zu haben. Wisst ihr was? Ihr seid jetzt mal die geballte Front 2. Ihr Einsatzfahrzeug. Ihr seid hier im Verteidigen. Mittlerweile haben wir doch ein paar U-Boote, würde ich sagen. In Ordnung. Und wir speichern nochmal. Nur für den Fall. Abstürze und so. Wir können jetzt mittlerweile eigentlich wieder mehr Mammutpanzer ausdrücken. Was landet ihr hier? Das geht aber zu gut. Sofort. Sehr gern. Mhm. Boom. So schnell können sie weg sein. Okay, Mammutpanzer kann noch warten. Und stein. Weißt du was? Der kann ja weiterhin schön die... Oh Mist, da schießt ein Kreuzer. Versuchen wir es mal ein paar Bomben wenigstens drauf zu hauen. Okay, erstmal zurückziehen. Können wir uns später nochmal neu formieren. Aber hier, gerade so ein Ablenkungsgefährt ist gar nicht mehr so schlecht. Jawohl. In Ordnung. Aber bevor wir hier oben ordentlich Stress machen können, brauchen wir tatsächlich... Flachs ist... Flachs sind auch im Weg. Da brauche ich auch nicht großartig drüber nachzudenken. Ziel wählen. Mäh, das war auch da ein ziemlicher Fehlschlag. Blum. Das war Angriff ins Klo und hat sich auch so angehört. Ja, Luftangriffe. Schwierig. Vor zwei haben wir auch gar keine mehr. Ist jetzt nicht so schlimm. So, dann sammelt ihr mir hier mal ein bisschen. Und ich bereite mal ein bisschen mehr die Verteidigung vor. Vor Helis haben wir jetzt ziemlich unsere Ruhe, seitdem die einmal weggeschossen wurden. Ist auch ganz lustig. Ich bin einfach mal so frei. Und schauen wir mal bei dem Zerstörer vorbei. Der ist nämlich in Schussreichweite. Wenn wir es schon mal hinbekommen, Zerstörer... Oh. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hallo Kreuzer. Hallo Artie. Ach du lieber Gott. Ziel wählen. Ah, meine schnellen Panzer. Schnell im Fall. Warum habt ihr keine Kontrollgruppe mehr? Ja doch. Z1. Okay. Ja. In Ordnung. Einheit verloh. Melde mich lieber wohl. Ja. Das ist ja in Ordnung. Sofort. Ja Sir. In Ordnung. Einheit verloh. So. Bestätigt. 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 Wird gebaut. Ja Sir. Bestätigt. So langsam entwickelt sich's doch. Hier schießt weiterhin der Schlachtkreuzer. Solange... Komm, gerade mit Mammopanzer sollte ich jetzt nicht so viel Angst vor den Schlachtkreuzern haben. Räumen wir wenigstens da ein bisschen auf. Dass wir hier freie Bahn haben. Äh, mit Hintz ist das Problem, sie werden zu schnell weg. Ich glaube, ich gehe hier sehr stark auf Mix, um stationäre Ziele anzugreifen. Stationäre Ziele und Schlachtkreuzer. In Ordnung. Abwarten Ihre Fehler. Ja, Sir. Hint los. Abgeschlossen. Ja, Sir. Bestätigt. Dann hätte ich gerne hier eine Verteidigung. Einheit bereit. Dann noch mehr Kraftwerke. Okay, solange wir jetzt hier nicht unbedingt angegriffen werden, muss ich ja nicht unbedingt Stress machen. Unbedingt, unbedingt. Ich bin nicht wie befohlen. Abwarten Ihre Befehle. Besteht ihr, abwarten Ihre Befehle. Komm, decken wir mal hier auf. Okay. Na komm, bauen wir mal dahinter. Es geht gerade hauptsächlich um Energie, nicht unbedingt ums Weiter- und Ausbauen. Und machen wir mal den eisernen Vorhang, habe ich bisher zuvor vergessen. Ja, Sir. Bestätigt. Äh, stimmt. Apropos vergessen. Bestätigt. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Dafür könnt ihr euch ja wieder aufbauen, liebe Kameraden. Äh, aufbauen. Im Sinne von regenerieren, meinte ich. Ja, dann treffe ich den nicht. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Erwarten Ihre Befehle. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Komm, den einkriegen wir. Ich fühle mich schon mal ein bisschen besser. Ja, bestätigt. Bestätigt. Dann steht eigentlich bloß noch ein Zerstörer im Weg. Hier käme ich auch mit U-Booten durch. Hier, Einsatzmacht durch. Ah, den Sammler anzugreifen. Gute Frage. Ob das jetzt die beste Idee ist. Habt ihr die ganze Zeit mit den Raketen nicht getroffen? Einheit bereit. Ja, derzeit bringt's noch gar nicht mal so... Derzeit hab ich gar nicht mal so viel... Plus Einkommen. Dass ich jetzt sag, okay, ich muss jetzt Mammutfanzer die ganze Zeit durchspammen, dass ich jetzt hier... ...auch... ...noch eine zusätzliche Waffenfabrik baue. So gut läuft es mit den Fernanzen noch nicht von... ...dienen alle noch nicht zu passenden... ...zupassenden Raffinerie fürs Abgeben. Bestätigt! Wie tut er das, ja? Ja. Einheit verloren. Bestätigt! In Ordnung! Ja, klar! Bestätigt! Bestätigt! Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt! In Ordnung! Ja, in Ordnung! Bestätigt! 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 Ja gut, den Sammler abfangen zu können ist gar nicht mal so schlecht jetzt, betrachtet. Bestätigt! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! Versuch mal das selbst mit dem im Laufschießen hinzubekommen, aber ne! Mäh! 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 Der bewegt sich doof. Und ich hab keine Tellerspulen hier, um den Rekord abfangen zu können. Ist auch doof. Ah, so kriegen wir ihn doch. Das ist ziemlich lustig. Ich sollte den tatsächlich so bekommen, dass die Infanterie den Zerstörer zerschießen kann. Genau so. Genau das meine ich. Der Zerstörer macht zwar einen Mittelschaden gegen Infanterie, aber nicht genug, dass ich den nicht vorher kaputt mache. Hat sich schon mal gelohnt. Wird gebaut. Werde mich wieder abholen! Bestätigt! Und kaputt. Bestätigt! Jawohl! Der Kreuz hat lustigerweise anderes zu tun. Und das sieht mich nicht mehr, kann auch sein. Entschuldigung! Bereits in Ordnung! Die Schaffung ist nicht weit. Okay, das waren jetzt grad ein paar ziemlich lahme Schüsse. Konkret angegriffen. Ah, du hättest jetzt nicht unbedingt Schüsse drauf verschwenden sollen. Ja, Sir, steht in Ordnung. Und Hauptsache noch mitten im Kampf gegen die Teslaspüren ausgewichen in den Raketen. Es ist so oft gegen mobile Ziele, die Mixer einzusetzen, das ist immer so. Oh, nö. Oh, nö! Wo kommt denn der jetzt her? Das sind sogar zwei! Das sind sogar zwei! Ah, so wie schießt der auf den Panzer, nicht auf die Gebäude. Oh, das sind auch, ne, das sind Zerstörer. Oh, shit, das macht's nicht unbedingt besser. Verdammt. Ah, da komm ich jetzt nicht weg. Wird gebaut. Ja, Sir, erwarte ihr Befehl. Wird gebaut. Wird gebaut. Und Geld leert es. Oh, deswegen. In Ordnung. Oh, mit viele. Konstruktionen abgeschlossen. Einheit verloren. Ah, shit. Das ist uncool. Das ist heftig uncool. Wir warten in Ordnung. Gebäude verkauft. Ja, Sir. In Ordnung. Einheit von... Ich möchte erstmal unbedingt auf Nummer sicher gehen, dass die... Zerstörer, stillstehen. Randa. Ja, das ist aber genau das, was ich jetzt gebrauchen kann. Neben allem, was ich sonst schon nicht gebrauchen kann. Aber das... Ubo, tu was! Gut, so geht's. Was für ein gutes Stück zu hässlich und knapp und eklig. Wo denn jetzt schon wieder? Ich zieh dich! Ach, Heilkiste. Nur die sich zu holen, ist doch gar keine so schlechte Idee. Ja, Sir, in Ordnung. Oh komm, der wird jetzt zerstört auf dem Weg. Kreuzer kosten auch Geld, hab ich gehört. So, ihr könnt euch jetzt mal alle reparieren, jeder das notwendig hat. Ah, halt, 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 halt. Ich hätte jetzt gern näher dran gebaut. Mäh. So, du, mein Freund, guckst mir mal darüber, auf die Insel. Vielleicht gibt's noch was anderes zu entdecken. Richtig cool, fände ich's ja, wenn da unten jetzt irgendein alliiertes Gebäude ist, was ich einnehmen kann, wodurch ich dann in der Raffinerie dort bauen kann und so. Wie ist eigentlich bloß das Geschütz? Na gut, die Artillerie da oben noch. Hm. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Ziel wählen. Ja, 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 ja. So, 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 so. Bombenergriffe sind eigentlich so sinnlos. Ich versuch mal die Artillerie da oben ein bisschen zu beschädigen. Und vielleicht kriegt... Äh. Vielleicht beschießt das an der eigenen Gebäude ein bisschen, weil ich mich hier aufstelle. Andererseits, Moment mal. Ein Bauhof. Haben will. Einheit verloren. Erwartet ihr auf den Gebäude. Konstruktion abgeschlossen. Und, wurde es ein Erfolg? Näh, nicht möglich. Aber hey, wir kriegen die Flachs kaputt. Das ist doch schon mal was. Alle fertig, ja? Sehr gut. Na also, jetzt geht's mal mit den Finanzen ein bisschen hinne. Wird gebaut. Ziel wählen. Ihr Eilersfahrzeug. Einsatz gespeichert. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Gucken wir mal raus. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Werdet ihr auf? Eiserner Vorhang bereit. Ja, Sir. Natürlich. Ist lustig, dass mich der Kreuzer nicht angreift. Ziel wählen. Ja, Sir. Du bist Geld, nehme ich mal an, oder? Bist du? Einheit verloren. Bestätigt. Cool. Melde mich. Bestätigt. Meine paar Infanteristen hier für Stress sorgen. Nicht schlecht. Ich würde aber gerne weiter an meinem Ziel arbeiten, eine ziemlich heftige Luftflotte aufzubauen, um gleich alles wegzuschießen, was mir auf den Sack geht. Konstruktion abgeschlossen. Doch dafür brauchen wir erstmal dich noch. Dafür brauchen wir Geld. Wird gebaut. Ihr Einsatzfahrzeug. Ihr beides seid mir auch noch verletzt. Ja, Sir. Ich mache keine halben Sachen. In Ordnung. In Ordnung. Sehr gern. Wenn es kein Attrapp ist, hätte ich das gern eingenommen. In Ordnung. Ich meine, was bringt die Ressourcen. Das einzige, was man hier machen könnte, tatsächlich, wäre, ja nicht mal ein mobiles Baufahrzeug. Das einzige, was man machen könnte, ist tatsächlich Sammler hierher transportieren, die sammeln lassen und wieder den Transporter zurück und abgeben lassen. Um so verzweifelt mit Micro-Management zu sein, muss ja wirklich gar nichts mehr an Ressourcen übrig sein. Einsatz gespeichert. Boom. Konstruktion abgeschlossen. Bist du ein Attrapper oder nicht? Anscheinend nicht. Nice. Ja, und solange er hier repariert, verbraucht er Ressourcen. Ich nenne das ein Win-Win. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Ziel wählen. Das ist in der Mitte, würde mich auch mal interessieren ein bisschen. Auch wenn es mit dem auf den Sack geht. Daka, 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 daka. Ja, jetzt ist langsam doch genug, dass ich dann tatsächlich mal mehr Waffenfabriken baue, um mehr spammen zu können. Und der jetzt kommen muss. Moment, muss ein kleinlich sein. Machen wir mal den einen Zerstörer kaputt. Warte mal, bis deine Kollegen da sind. Genau die meine ich. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. Nicht ganz gereicht. Wird gebaut. Einheit bereit. Melde mich wie betroth. Ja, Sir. Jetzt ist es in einer Tour. Ja, Sir. Haben wir echt einen verloren? Okay. Wird gebaut. Bestätigt, bestätigt. Wird gebaut. Wird gebaut. Einheit bereit. Ja, Sir. Hm. Der zweite Angriff sollte jetzt eigentlich dazu führen, dass der Zerstörer kaputt ist. Dann kann ich mich um den Kreuzer kümmern. Dann geht's an Kreuzer Nummer zwei und... Irgendwo auf dem Weg wird mir einer zerschossen. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Hm. 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 Konstruktion abgeschlossen. Könnte das klappen? Ziel wählen. Einer kam raus. Ah, Bunker. Schade. Einheit verlor. Unzureichende Finanzmittel. War ein Versuch wert. Einheit bereit. Einheit bereit. Wom, wom, wom. Primärbauwerk ausgewählt. Ziel wählen. Ach ja, stimmt. Wir haben ja seit Ewigkeiten keine... Ah, keine Kaserne mehr. Ja, Sir. Bestätigt. Melde mich wie bevor... Die Inspektion abgeschlossen. In Ordnung. Mach mal so rum. In Ordnung. Bestätigt. Sollte wohl nicht reichen. Wird gebaut. Einheit verloren. Neue Bauoption. Einheit verloren. Ach, komisch, die Infanterie unten zu haben. Oh. Ich glaube, jetzt hat er langsam die Schnauze voll, was ich hier mache. Ja, Sir. Einheit verloren. Ja, Sir. Ja, Sir. Sofort. Einheit verloren. Oh. Wird gebaut. Eine Rechte. So. Die U-Booten gucken wir mal weiter. Das Problem ist... Ich sollte mal wirklich eine richtig schön große U-Boot für Leute machen und einfach mal komplett das Densee säubern. Weil jetzt soweit, wie die Brücken zerstört sind, müsste ich eigentlich fast alles erwischen. Das Ding da hinten ist eh sehr stark isoliert. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Erwischt. Ja, gut. Läuft ja noch alles. Zwischenzeitlich sah es wirklich mal kurz nach Neustadt oder Laden oder sonst irgendwas aus. Aber nee, das haben wir noch hingekriegt. Nein. Äh. Okay, es ist nicht mal so schlimm, dass ich so gebaut habe. Wird gebaut. Erwarte Ihre Befehle. Ein Ort stetig. Na, das war eine Heilung. Ich habe schon fast sowas befürchtet, aber das ist nicht so schlimm. Geld. Und du hörst mal auf zu nerven. Du machst doch eh keinen Schaden. Du hast gerade meinen Nacken ein bisschen angekratzt. In Ordnung. Wird gebaut. Wird gebaut. Ja, Sir. So. Zerstetig. In Ordnung. Einheit bereit. In Ordnung. Einheit bereit. Dann drauf, dann ist der ja auch zerstört. Obwohl, mh, Prioritätänderung. Holt euch erstmal den da drüben, weil dann kriege ich... ...wie den U-Booten nicht so richtig erwischt. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Brauchen wir noch einen zweiten Angriff, glaube ich. Jo. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Der Infanterist ist mir fast noch gefährlicher als die Artillerie. Prioritäten und so. Erwarte Ihre Befehle. Hm. Wie ist das eigentlich, wenn ich mehrere Eisende vorher gebaut? Reduziert sich die Abklingzeit? Wird gebaut. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Konstruktion abgeschlossen. Hm, ich könnte mich schon fast ein bisschen weiter... Unser Stützpunkt wird angekündigt. Machen wir so. Woher? Bin ich zufrieden mit der Anzahl an Flugzeugen? Das könnte mehr sein. Könnten immer mehr sein. Ah, stimmt. Das wollte ich noch machen. Ich habe ganz hell überlegt, irgendwas hatte ich noch im Hinterkopf die ganze Zeit. Klar, ich will meine U-Boot da drüben bauen, da ich die U-Boote schneller rüberge... Schaufelt. Ach, du lieber Gott. Wie viel haben wir denn gebaut? In Ordnung. Bestätigt. Hier Einsatzfahrzeug. In Ordnung. In Ordnung. Nix da. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. So. Primärwahlwerk ausgewählt. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Erkundet mir einfach noch restlich. Und dann ist gut. Bestätigt. In Ordnung. Hm. Ja, jetzt können wir eigentlich mal mit den Mammutransern vorrücken. Ja, Sir. Hier Einsatzfahrzeug. Wir brauchen Silos. Bestätigt. Wir brauchen Silos. Wird gebaut. Ist gut. Ich verstehe es so langsam. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Ich verstehe, was zu tun ist. Ich glaube, ich baue mal Silos. Hier Einsatzfahrzeug. Ich glaube, das kann helfen in so einem Fall. Meldet mich in Ordnung. Ja, Sir. Das ist etwas, das überhöre ich mittlerweile, wie das mit dem vollen Vorratslager in Stronghold. Ich bin mir überlegt, ob ich irgendwo nach vorne bauen will. So dringt eigentlich nicht. Gut, dann bauen wir einfach mal Silos. Dass der aufhört zu plären. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. Das lief ja eigentlich ganz gut. Bestätigt. Da jetzt hier auch Ruhe ist erstmal, kann ich mir vielleicht tatsächlich den Bauhof snacken. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit. Das dauert so ein bisschen, bis ich da bin, aber es könnte die Mühe wert sein. Und da kommt unsere Flotte. Wunderbar. Aber alles klar. Wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir schon wieder so weit für die Folge. Wie die Zeit wieder verfliegt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.